Herzlich Willkommen zum Newsletter Nr. 96 bei den Röbelmachern in Unterkrumbach neben Asburg im Nürnberger Land. Bei uns herrscht ein wenig Chaos. Wir machen gerade die Vorbereitung für die Konsumenta, wo wir ab nächsten Samstag auf der FEM in Halle 4a sind, also direkt neben dem Eingang Ost an der Breitenstraße. Man kann von außen sogar reinschauen, wir haben nämlich eine Glaswand. Wir haben eine grüne Küche dabei und kochen mit den besten, tollsten, schönsten Köchinnen Frankens, mit Diana Burtl, mit Sandra Dellerlein, mit Schwester Regina Werner, Marga Linhardt, Anita Eberhardt, Meini Goyeng und Stephanie Kneisel. Immer gegen Mittag. Und davor und danach ist natürlich wahnsinnig viel Zeit, wo wir uns auf Ihren Besuch ein Gespräch, einen glazen, köstlichen Schaum ein freuen. An unserem Stand haben wir natürlich die grüne Küche. Wir haben ganz viele unterschiedliche Essplätze, die Sie mal ausgiebig testen können. Und meine Frau Ute hat an ihrem Stand die zwei Bettesysteme dabei, wo Sie oben liegen können, wo Sie sich alles über den gesunden Schlaf und natürlich auch das gesunde Einrichten zeigen können. Wir haben nicht nur die schönsten Köchinnen, wir haben auch die schönsten Frauen, denn die Wahl zur Mistfranken Klassik wird auf der Konsumenta vorbereitet und auch da ist am Dienstagnachmittag dann eine Show, auch mit der amtierenden Mistfranken Scarlett Anne Dimesa. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, aber wenn Sie uns nicht auf die Messe schaffen, die ganzen Angebote gelten natürlich auch für die Menschen, die uns in Untergrumbach besuchen. Zum Beispiel auch die Röselingrills, die wir noch im Lager haben und die wir erst im Frühjahr wieder auffüllen wollen. Also da gibt es auch ein paar Schnäppchen. Schauen Sie uns auf der FEM, der Frauenmesse während der Konsumenta, zu der auch Männer ganz herzlich willkommen sind. Sie findet statt vom nächsten Samstag bis zum Sonntag eine Woche drauf, vom 26. Oktober bis zum 3. November. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020